Hallo ihr Lieben, heute ist wieder Sonntag und es gibt wieder was mit Epoxidharz. Und ich habe mir überlegt, ich hatte noch ein Video, das ist jetzt allerdings auch schon ein paar Tage her, wo ich eine Epoxidharzlampe wieder gemacht habe. Und ich mag die Art von Lampen sehr, sehr gerne. Erstens, man hat immer so einen Grundsockel und da kann man sich eigentlich ganz oft richtig viel ausprobieren und unterschiedliche Kugeln daraus formen. Und ich liebe es tatsächlich sehr. Ich hatte ja vor einer Weile für meine Nichte etwas in quadratischer Form oder Rechteckform gemacht, mit einem ähnlichen Sockel und ich mag das halt tatsächlich sehr, weil das einfach so vielfältig genutzt werden darf. Und diesmal ist es wieder eine Kugel. Ich habe in zwei Schichten gegossen, das heißt zuerst habe ich das Ganze so ein bisschen fixiert und habe dann das Ganze aufgefüllt mit Epoxidharz. Also da ist so ein bisschen wichtig, dass einfach so ein bisschen geschaut wird, dass es halt nicht alles auf einmal vollgegossen wird, weil oft sinken die Sachen ja auch nach unten. Das Ganze vom Ergebnis her sieht so ein bisschen schwebend aus. Ich glaube, da wäre noch viel, viel mehr drin gewesen, aber ich finde es trotzdem sehr, sehr schön geworden. Ich mag auch die kleinen Luftbläschen, die sich da manchmal drin sammeln. Auch da bestimmt, es gibt Leute, die können die super wegmachen und so. Finde ich auch vollkommen in Ordnung. Ich mag die Bläschen aber manchmal sehr gerne, weil das so ein unglaublich schönes Finish dann auch gibt. Gerade ich habe ja jetzt diesmal so ein kleines Bäumchen drin. Und das hat immer so einen Schneestyle oder ähnliches. Also ich hoffe, wenn ihr es seht, werdet ihr es, glaube ich, wissen, was ich meine. Und deswegen ist das für mich jetzt auch vollkommen in Ordnung, dass ich da jetzt auch die kleinen Luftbläschen drin habe. Ich weiß, man, also für jeden Einzelnen, der es vielleicht noch nicht weiß, man kann das Harz noch einen Moment stehen lassen, dann steigen die Bläschen nach oben. Ein Teil steigt auch mal nach oben, wenn man es sowieso schon gegossen hat. Und man kann zum Teil das eben mit Wärme ganz gut auch noch mal ein paar Bläschen wegbekommen. Aber wie gesagt, ich finde die Bläschen manchmal an bestimmten Gießwerken halt wirklich echt schön. Und dadurch ist das für mich vollkommen in Ordnung, dass da dann eben auch mal die Bläschen drin sind. Wie gesagt, es ist immer Geschmackssache. Ich weiß, dass viele das nicht mögen. Ich mag es eigentlich zum Teil wirklich sehr, sehr gerne. Es muss halt irgendwo auch dazu passen. Und ja, hier habe ich jetzt, dass ich so die ersten reinpacke und schubse die da so ein bisschen rein. Versuche die dann auch mit so einem Stiebchen nochmal hin und her zu schuppeln. Und dann eben auch den Baum, der dazu gehört. Ich habe extra so ein kleines Bäumchen, was da eben halt auch reinpasst. Ist gar nicht so einfach gewesen, sowas zu finden. Denn das Ganze ist halt nicht ganz so groß, wie ich es mir so gedacht hatte. Hier ist er mir immer so ein bisschen umgekippt. Ich habe es dann so ein bisschen, ich bin mir gerade nicht mehr sicher, ob ich es jetzt gefilmt hatte, das Ganze mit den Stäbchen irgendwie fixiert. Und was sich übrigens auch immer ganz gut macht. Gerade deswegen macht es eben Sinn, das Ganze in mehreren Schichten zu gießen, damit man halt auch Möglichkeiten hat, das Ganze so ordentlich in die Position zu bekommen und eben dann auch zu schauen, dass das halt passt. Hier hatte ich dann nochmal kurzfristig entschieden, dass ich doch nochmal ein bisschen was reinmache. Und genau, während ich da jetzt noch gieße, ich wollte nochmal meinen Wunsch äußern. Schreibt mir gerne rein, wenn ich irgendwas für euch austesten möchte oder soll. und wo ihr euch vielleicht noch nicht rantraut oder nicht genau wisst, wie ihr es gerne machen wollt. Dann probiere ich es einfach mal aus und zeige euch, wie ich es lösen würde. Oder halt, falls ihr irgendwie ein Bastelset kennt, was ich ausprobieren kann. Und ich probiere ja auch unglaublich so eine Fertig-DIY-Boxen und versuche da einfach so ein bisschen zu schauen, ist das so leicht, wie sich diese Box das gerade verspricht. Oder eben nicht. Ich hatte auch schon Boxen oder Sets, wo ich dachte, oh, das ist nix. Einfach schon, weil die Anleitung nicht so schön war. Und ja, dementsprechend schreibt mir das gerne in die Kommentare. Hinterlasst sowieso immer ein Däumchen nach oben oder halt eben auch gerne ein Abo. Ich freue mich darüber übrigens immer sehr. Hier versuche ich es übrigens gerade vergeblich, meine Stäbchen ordentlich zu positionieren. Aber sieht, glaube ich, erst mal dann ganz gut aus wieder. Genau, also ich freue mich tatsächlich über einen Austausch, über eine Kommunikation, über ein, was kann man anders machen, was kann man besser machen. Und ja, hier bei meiner Kugel habe ich es dann so gut wie aushärten lassen. Also nicht ganz komplett, sondern dann, als ich gemerkt habe, okay, das Ding ist jetzt schon gut fest, da verrutscht jetzt nichts mehr, wenn ich auffülle und dementsprechend habe ich es dann auch aufgefüllt. Und ja, also übrigens, falls sich jemand wundert, warum ich dann diese, wie heißen die denn, diese Tannenzapfen, jetzt habe ich es, nicht irgendwie später reingemacht habe. Die Öffnung hat es nicht so richtig hergegeben. Ich wollte da jetzt auch nicht ewig dran rumdüdeln und habe da also dementsprechend das Ganze dann versucht, so ein bisschen kreativ zu lösen. Wie gesagt, ich mag das Ergebnis schon sehr. Und klar kann man Dinge anders machen. Und aber, wie gesagt, für mich vollkommen in Ordnung. Genau so, wie es ist. Habe es auch immer wieder anders liegt. Wie gesagt, also ich habe schon ein paar Tage. Ich zeige euch logischerweise auch das Ergebnis zum Schluss, damit ihr auch seht, was ich meine und hoffe, euch gefällt es genauso wie mir. Übrigens bei so einen Sachen, wo man was eingießt, immer so ein bisschen schauen, dass man auch das Ganze, da kommt manchmal, ich hatte es bei Rosen zum Beispiel, wenn ich was reingegossen habe, da blubberten manchmal noch große Bläschen hinterher, weil das nicht komplett schon in der Rose war, das Harz. Also da so ein bisschen drauf achten, wenn ihr irgendwie größere Sachen gießt. Ich habe dazu auch ein, zwei Videos schon online und da gerne irgendwie so nach Trockenblumen suchen, weil ich das wirklich auch sehr, sehr schön finde. Ich liebe es. Ich mag die Ergebnisse von den Sachen, die ich da gemacht habe mit meiner großen Form und werde es auch bestimmt immer, immer wieder machen, weil ich das wirklich sehr, sehr schön finde. Hier lasse ich es dann austrocknen. Die Schichten sind übrigens auch wichtig, weil es gibt eine bestimmte Gießhöhe, die beachtet werden sollte, damit dort dann das Ganze nicht zu warm wird, denn Epoxidharz ist ja eine chemische Reaktion. Dort ist das Ganze dann eben dementsprechend, dass das irgendwann warm wird, sehr warm wird. Und da sollte man darauf achten, eine Gießhöhe. Ich versuche in der Regel nicht ganz so hoch zu gießen, sondern wirklich ein wenig zu schauen, dass das Ganze dann vielleicht nicht höher als zwei, drei Zentimeter sind. Je nachdem, wie groß die Form halt auch ist, versuche ich es wirklich immer in kleinen Schritten zu machen. Und ja, und hier kommt jetzt auch schon das Ergebnis. Und ich verabschiede mich. Ich hoffe, ihr findet das Ergebnis genauso schön wie ich. Und ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder. Und ich sage schon mal Tschüss. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.